Tja, ich muss nochmal etwas sagen zum Zeitungsbericht von dieser Woche von der basischen Zeitung. Und zwar wird da geschrieben, heilen, Renten nicht unter 48%. Warum werden die Renten der Bürger nicht an die Renten der Beamten angeglichen? Weil die Beamten zahlen ja keinen Cent ein, nur der Bürger zahlt ein und er geht nur mit 48% heim. Wo ist denn das noch sozial? Was hat das mit einem Sozialstaat zu tun? Es ist viel Eifer nirgends einzubezahlen und dickes Geld abholen, man meint vom Leben. Super Staat, habt ihr toll gemacht.